Seit zwei Jahren berichte ich von Corona-Demos aus ganz Deutschland. Ich bin sehr wütend auf diese Gesellschaft. Neben friedlichen Protesten erlebe ich dort immer wieder Wut und Gewalt. Wut und Gewalt gegen Polizisten. Die Lage ist gerade sehr unübersichtlich. Wut auf Politiker. Wir wissen genau, welches Bild damit entsteht. Und das macht es so gefährlich. Wut aus der Mitte der Gesellschaft. Ihr habt ein Problem, Masken zu tragen. Wut auf die Impfpflicht. Wir haben absolute Existenzängste. Warum stellen Sie dann Impfunfähigkeitszertifikate aus? Ohne die Patienten, die sie zu haben. Und Wut auf Journalisten wie mich. Stern TV vor 10 Uhr. Lügenpresse! Lügenpresse! Ich will wissen, warum ist Deutschland so wütend? Die Sitzung ist eröffnet. Dann ist der einzige Weg eine Impfpflicht, mit der wir uns alle gegenseitig schützen. Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! Eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus einzuführen, ist ein Anschlag auf die Freiheit. Ein Weg davon muss nicht einzuhalten. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, zumindest für problematisch. Erste Debatte zur Impfpflicht im Bundestag, drinnen wird diskutiert, draußen demonstriert. Doch was treibt die Menschen auf die Straße und was sind ihre Argumente? Hallo, Sophia Mayer von Stern TV. Hi. Warum sind Sie heute hier? Na, offensichtlich, weil wir die Debatte über die Impfpflicht, die hier heute stattfindet, naja, nicht in Ordnung finden, dass sowas überhaupt zur Debatte steht. Warum? Ich glaube, es ist ja immer noch mein Körper und ich habe ja das Recht, darüber zu entscheiden, ob ich mich mit irgendwas spritzen lasse, was Impfung genannt wird, oder nicht. Heute wird ja über die Impfpflicht debattiert. Ja, ein Scheiß. Warum? Das ist mein Körper. Ich habe zu entscheiden, was mit meinem Körper passiert. Und wenn die Scheiße nicht ausgereift ist und der Impfstoff nicht erforscht ist, warum soll ich mich mit dem Gift impfen lassen? Naja, ich finde das gruselig, die Vorstellung, dann die Wahl zu haben, entweder was gespritzt zu bekommen, von dem ich nicht überzeugt bin, oder hohe Strafen zahlen zu müssen. Aber ich treffe nicht nur auf Impfskeptiker. Warum seid ihr denn heute hier? Wir sind Fisch impfen und wir sind gegen die Schwurbler. Wie finden Sie das, dass Sie da demonstrieren? Ein Albtraum, ein demokratischer Albtraum. Ist ja auch keine Demonstration, das ist ja ein Wanderzirkus, oder? Macht Sie das wütend? Ja, total. Mich macht das furchtbar wütend, dass erst mal sind viele ungeimpft und treiben das doch an, dieses Verrückte. Es macht mich total wütend. Wir müssen zusammenstehen, desto schneller kommen wir raus aus dieser ganzen Krise. Was halten Sie denn von dieser Demo hier? Überhaupt nichts. Warum? Weil ich denke mir irgendwie, wenn man Verantwortung übernehmen will für die Gesellschaft. Und ich sag mal jetzt, ein kleiner Pieks ist nicht ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Hier können Sie sich immer noch frei bewegen. Wie bitte frei bewegen? Ich warte seit einer Stunde und möchte gehen. Das ist frei bewegen bei Ihnen? Das ist aber keine Diktatur. Also entschuldigen Sie mal. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir jetzt schon in einer Diktatur sind, aber ich habe Angst. Hier stehen ja Ihre persönliche Meinung zu. Aber Sie stehen hier ohne Maske. Wollten Sie mal sagen? Jetzt sagen Sie nicht, hier stehen noch andere, Hunderte von anderen. Sie stehen hier ohne Maske. So, Sie stehen draußen, wir stehen hier alle eng zusammen. Wir haben uns nicht ausgesucht, ob Sie Gegnerin sind von der Impfpflicht oder nicht. Das spielt für mich jetzt keine Rolle. Aber Sie stehen hier genauso wie ich. So, Sie tragen keine Maske, ich trage eine Maske, weil ich das gesellschaftlich richtig finde. Ja, so genau. Das können Sie doch machen. Ich sag ja, nein, dass Sie die abnehmen sollen. Nee, aber so wie Sie argumentieren, wir stehen kurz vor der Diktatur, wo ich mal sage, wo leben Sie? Ich sage, das ist mein Gefühl, ja. Warum sind Sie denn heute gemeinsam demonstrieren? Für eine freie Impfentscheidung. Gegen jede Impfdiktatur, gegen jeden Impfzwang. Wieso sprechen Sie denn von Diktatur? Haben Sie das Gefühl? Wenn wir gezwungen werden, uns impfen zu lassen, was ist es dann? Was ist Zwang? Es verstößt gegen eine Reihe von Grundgesetzen und Grundrechten. Aber eine Impfpflicht ist ja nicht gleich ein Impfzwang. Natürlich ist eine Impfpflicht Impfzwang. Wenn ich meinen Beruf verliere, wenn ich nicht mehr arbeiten darf, wenn ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann, meine Familie nicht mehr ernähren kann. Was ist das? Sind Sie wütend? Ich bin aufgebracht, weil ich aufstehen will für unsere Grundrechte. Ich habe meinen Eltern versprochen, nie wieder Diktatur. Meine Eltern haben als Dritte Reich erlebt. Auf der Demo erlebe ich neben friedlichen Demonstranten auch das. Ein Mann versucht, die Polizeikette zu durchbrechen. Jetzt hat die Polizei super schnell einige der Demonstranten hier eingekesselt, um eben diese unerlaubte Demo zu unterbinden. Und die Leute sind tatsächlich ziemlich aggressiv. Fehlender Respekt und Wut gegenüber Polizisten. Ein Phänomen, das ich gut kenne. Auf Corona-Demos im ganzen Land habe ich diese Szenen dokumentiert. Wiener Stadt, Wiener Stadt, Wiener Stadt. Ihr solltet euch schämen. Ich habe gedacht, in Sachsen sind doch ehrenvolle Beamte. Aber ihr seid ja keine. Möder, wollen doch heute wieder an Watt begehen. Grüßt Heimel, Grüßt Heimel. Grüßt Heimel. Grüßt Heimel. Statt hier auf die Straßen zu kommen. Ihr seid total, oder was? Entschuldigung. Grüßt Heimel. Grüßt Heimel. Grüßt Heimel. Grüßt Heimel. Ich bin vergangene Woche in Leipzig. Die Wut gegenüber Polizisten beschäftigt und bewegt mich total. Deswegen hoffe ich jetzt hier zu erfahren, wie es den Beamten geht, die jede Woche im Einsatz sind. Hier bin ich mit Oberkommissar Robert Konrad verabredet. Hi. Sophia Meyer, Stern TV. Robert Konrad, hallo. Schön, dass ich heute hier sein darf. Gerne, wir freuen uns. Wie an jedem Arbeitstag holt der 34-Jährige als erstes Dienstwaffe und Einsatzstock. Seit Mai 2020 hat die Polizei in Sachsen an 92 Montagen Demonstrationen begleitet. Die Beamten haben dabei insgesamt 2.945 Versammlungen mit zusammengerechnet 380.444 Teilnehmern gezählt. Anfeindungen erleben die Polizisten dabei mittlerweile regelmäßig. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen in den letzten zwei Jahren wütender geworden sind auf der Straße? Also man merkt auf jeden Fall den Unmut. Und da wir ja als Vertreter des Staates unmittelbar greifbar sind, für die Leute wird der Unmut oft dann halt auch an uns ausgelassen. Obwohl wir eigentlich gar nichts direkt damit zu tun haben. Nachdem Konrad seine Schutzausrüstung angelegt hat, geht es zur Einsatzbesprechung. Die Dienstgruppe der Bereitschaftspolizei ist zu sechst unterwegs. Wie so oft wissen die Beamten nicht, was heute auf sie zukommt. Es gibt von den Corona-Kritikern keine offizielle Anmeldung. Sie erzählen mir, dass ihnen Wut auf der Straße entgegenschlägt. Wie geht es denn da persönlich, wenn man da steht und auch beschimpft und angegangen wird? Kommt halt drauf an. Wir sind halt natürlich viel gewohnt. Man muss da halt in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen drüberstehen können und auch müssen. Aber es gibt halt auch eine Grenze, die, wenn es dann um Nationalsozialismus geht, wenn wir als Nazis bezeichnet werden, da hört es dann halt auch bei uns auf. Was ich persönlich noch sehr schwierig finde, ist, wenn man persönlich bedroht wird. Also wir haben eine Uniform an und in der Uniform steckt ein Mensch. Der Mensch hat auch irgendwann mal seinen Dienst getan und hat ein Dienstende und geht nach Hause und hat Feierabend. Und wenn darüber dann hinaus noch gewisse Bedrohungen kommen, das ist dann schon schwierig. Was erleben Sie und Ihre Kollegen denn für Bedrohungen nach dem Feierabend? Na, es gab schon in gewissen Telegram-Gruppen so gewisse Aufrufe von wegen, stattet den Bullen zu Hause Heimbesucher ab. Wo man dann halt schon sagt, in meinen vier Wänden möchte ich mich wohlfühlen, da möchte ich mich sicher fühlen. Und wenn ich dort dann besucht werde und angegriffen werde, dann ist definitiv auch in der Gesellschaft eine Grenze erreicht. Dann geht es los. Ich fahre den Beamten hinterher. Erster Einsatzort Leipzig-Engelsdorf. Hier haben sich Kritiker der Corona-Maßnahmen und Gegendemonstranten versammelt. Die Polizisten sollen beide Lager voneinander trennen. Hier ist die Lage. Während der Anfahrt erfolgen wir, dass es da schon zu verbalen, vielleicht sogar schon zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt zwischen den zwei Lagern. Also die Lage ist gerade sehr unübersichtlich. Ich begleite die Bereitschaftspolizei Leipzig. Die Beamten sind heute bei einer nicht angemeldeten Demo im Einsatz. Die von Ihnen gebildete Menschenansammlung wurde durch die Polizei als öffentliche Versammlung gewertet. Ihre Versammlung ist jetzt hier mit Auflösen. Die Beamten sperren die Straße. Ein Demonstrant ist damit nicht einverstanden. Er redet vehement auf die Beamten ein. Wo ist der Einsatzleiter? Folgen Sie, können Sie das jetzt erklären? Ja, ganz schnell. Wir sind ja auch da zu sagen. Der Einsatzleiter, wo ist der Einsatzleiter und wer ist der Einsatzleiter? Sie reden jetzt mit mir. Ich bin ***. Mein Name ist Konrad, der Rechtschaftspolizei. Super, genau. Wo ist der Einsatzleiter und wie heißt der Einsatzleiter heute? Gruppenführer Robert Konrad erklärte Mann, warum er hier nicht durchkommt. Erstens ganz kurz. Wir nehmen noch kurz Abstand voneinander. Ein kurzer Schritt. Wir haben aber bestimmt mitbekommen, dass auch heute ein Gegenprotest stattfindet. Und der wäre ein kurzer Tag gewesen. Und wir als Polizei wollten verhindern, dass beide Lager aufeinandertreffen. Und die Fohlen, der ist fast zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen, die nur verhindert wurde, weil wir dazuge standen. Und das Gleiche hat man jetzt hier auch getan. Entschuldigung, die andere Wochen war das Problem nicht. War auch ein Gegenprotest da? Nein, es war kein Gegenprotest. Und diesen Gegenprotest heute hat eine linke Organisation angemeldet, die hier massiv provozieren. Und deswegen sind sie hier. Und sie müssen uns schützen, wie sie gerade sagen. Ist das nicht Demokratie, dass man alles... Mitten im Gespräch geht der Mann weg. Respekt gegenüber den Beamten erlebe ich hier wenig. Ist das auch frustrierend, wenn ein Dialog so endet wie eben? Ich sage auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, er ist nicht durch die Kette durchgegangen. Also wir haben ihn ohne unmittelbaren Zwang, ohne Gewalt daran gehindert, dass er durchgeht. Und das haben wir geschafft, indem wir mit denjenigen ins Gespräch gekommen sind. Und das nehme ich als Erfolg mit. Der Einsatz geht weiter. Immer noch sind mehrere Demonstranten verschiedener Gruppen unterwegs. Deswegen ist jetzt das aktuelle oberste Ziel immer noch, die beiden Lager voneinander zu trennen. Beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie nicht aufeinander kommen, so wie vorhin, mit dieser Fahrzeugsperre. Die Polizisten und ich begleiten jetzt die Demo der Corona-Gegner. Die Stimmung aufgeheizt und aggressiv. Die Leute pöbeln lautstark gegen Politiker. Wir haben die Schnauze voll von diesem System. Das Polizeigesetz 2015. Ab 2017 mussten 50 Prozent Polizisten Migrationshintergrund in Berlin haben. Warum ist das so? Entschuldigung, Sophia Meyer von Stern TV. Ich will mit Ihnen gerne über die Polizei sprechen. Ich möchte nicht mit euch reden, ihr lügt. Ja, ist das überhaupt hier? Keine Ahnung. Stern TV. Wir lügen. Stern TV. Oh, aus dir. Gehen Sie bitte weg, ich möchte. Lügen, Frösse! Lügen, Frösse! Lügen, Frösse! Lügen, Frösse! Ihr seid bald alle dran. Hand langer! Sommswerker Prozesse 2.0, da seid ihr alle mit dran. Bei den Nürnberger Prozessen wurden hochrangige Nationalsozialisten angeklagt. Und viele von ihnen zum Tod verurteilt. Ich erlebe hier live, wie die Leipziger Beamten mit Nazis verglichen werden. Ich wollte gerade nur nachfragen, wie die Demonstranten es finden, dass sie... Nicht mehr vor meinem Auge, ich möchte nicht, dass du mich aufnimmst, mehr möchte ich nicht. Mehr tue ich nicht. Mehr tue ich einfach weiter. Nehm doch mal die scheiß Kamera jetzt weg. Nehm die scheiß Kamera weg. Wir haben dich jetzt mehrmals gebittet, Alter. Könnt ihr nicht ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute... Was soll denn die Scheiße? Guck hier nicht so ein Klub mit einer scheiß Maske. Was bringt das denn nichts? Nehm die Kamera aus meinem Gesicht. Was stimmt denn mit dir nicht? Was soll ich doch sagen? Ihr seid scheiß Marionetten. Ich wollte gerade nur mit den Demonstranten darüber sprechen, wie sie es finden, dass die Beamten hier regelmäßig beschimpft werden. Aber Gespräch war leider nicht möglich und die Situation ist sofort eskaliert. Robert Konrad findet deutliche Worte. Mich am meisten ärgert mich das, wenn man die Vergleiche mit Bediensteten aus dem Dritten Reich bringt. Weil das ist ja völlig absurd. Diese Wut gerade eben, ist es was, was Sie öfter erleben im Einsatz? Man merkt jetzt schon, dass der Frust jetzt hier größer wird und es auch zu massiven Anfeindungen gibt. Und manchmal ist die Stimmung sogar so weit, dass es kurz vor einer körperlichen Auseinandersetzung steht. Hey, was sollst du denn los, Junge? Trittst du an die Früße gegen? Ach wie toll. Und das ist halt dann jetzt die Schwierigkeit und da geht es einfach zu weit. Haben Sie das Gefühl, dass die Leute überhaupt noch begreifen, dass in dieser Uniform auch ein Mensch steckt? Ja, da denke ich manchmal, dass es einfach den Leuten nicht bewusst ist. Und dass sie in der Polizei als Vertreter des Staates den Staat sehen und deshalb auch uns gegenüber dem Unmut kundtun. Die Szenen zeige ich Judith Rahner. Sie ist Extremismus-Expertin der Amadeo-Antonio-Stiftung. Woher kommt diese Wut gegenüber den Beamten? Alles, was sich da an Radikalität aufgebaut hat und an Hass gegenüber dem Staat, wird natürlich als erstes gegen Polizisten, die vor Ort sein müssen, wird sich das sozusagen, bricht sich das Bahn und wird an denen abagiert. Ich habe auch gesehen, irgendwelche Rentnerinnen, die die Polizei anschreien aus tiefster Seebe und verächtlich machen. Und das sind wirklich erschütternde Bilder und da hat sich einiges auch aufgebaut an Radikalität in den letzten zwei Jahren. Bundesweit gehen Menschen in hunderten Städten jeden Montag auf die Straße, protestieren gegen Corona-Maßnahmen. Ich habe einen Ort in Deutschland gefunden, wo die Impfpflicht das medizinische Personal spaltet. Gummersbach war eine der ersten Städte im Land, wo Pflegekräfte gegen eine Impfpflicht auf die Straße gehen. Ich will wissen, was denken deren Kollegen im örtlichen Krankenhaus darüber? Das Gummersbacher Kreiskrankenhaus. Etwa 90 Prozent aller Angestellten sind hier bereits geimpft. Auf der Intensivstation begleite ich Oberarzt Dr. Mingers bei seiner Arbeit. Er will gerade eine Covid-Patientin versorgen, als unsere Dreharbeiten unterbrochen werden. Ich ziehe eine Polytrauma-Müllung gerade rein. Ja, der kann da runtergehen. Können Sie das klären? Ich schick den in der Rabi. Gut. Überschlagender Pkw. 30 Meter Böschung runter. Okay. Ja. Ja, da wird es jetzt eng mit unseren Intensivkapazitäten. So viele freie Betten haben wir im Moment nicht. Jetzt werden wir gleich ein bisschen tricksen und improvisieren müssen. Später wird klar, das Unfallopfer hatte Glück, muss nicht auf die Intensivstation. Mediziner Dr. Mingers versorgt eine Covid-Patientin. Die 64-jährige ungeimpfte Frau liegt hier seit fast vier Wochen. Nicht gestalten. Ich schau mal hierüber auf. Ja, okay. Ich muss einfach auf den Bauch hören. Insgesamt liegen zu diesem Zeitpunkt fünf Covid-Patienten auf der Station. Vier von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Etwa jeder zehnte Mitarbeiter ist ungeimpft. Viele sind sogar bereit, ihren Job zu verlieren. Aber in letzter Konsequenz bedeutet das noch mehr Belastung für Sie und Ihre Kollegen? Das würde es bedeuten, ja. Ich bin da natürlich auch ambivalent, was das betrifft, weil ich natürlich möchte, dass der Betrieb weiterlaufen kann. Und ich eigentlich nicht scharf darauf bin, dass diese Leute alle kündigen. Zusammen mit Pflegeleiter Thomas Wolbert darf ich in das Behandlungszimmer eines Covid-Patienten. Ich muss Schutzkleidung anziehen. Wie gut kriegen Sie Luft im Moment? Ja, tatsächlich schwierig. Also mit dem Schild nochmal dazu. Schweren kommt halt hinzu. Und müsst ihr jetzt merken, dass es langsam anfängt warm zu werden unter dem Plastikmantel. Also ich bin jetzt zwei Minuten in dieser Montur und das ist schon irgendwie ein bisschen beklemmend. Alles klar, dann können wir jetzt reingehen. Der 69-jährige Patient ist vollständig geimpft. Er muss künstlich beatmet werden. Für Sie ist das völlig normal, sowas zu sehen, oder? Das ist ganz normal, das gehört halt dazu. Das ist halt auch, ja in 25 Jahren, ja gewöhnen, ist halt auch der falsche Ausdruck. Man kriegt eine Routine dabei. Ich habe da wirklich größten Respekt davor. Also für mich ist es tatsächlich etwas völlig anderes, in so einem Raum zu stehen und so einen schwer kranken Menschen zu sehen. Und ich finde das schwer emotional zu verpacken. Haben Sie Verständnis für Menschen aus dem medizinischen Bereich, die immer noch sagen, ich lasse mich nicht impfen? Nein, habe ich nicht. Weil die gefährden ja auch wirklich die Patienten, die ihnen zum Schutz anvertraut worden sind. Der nächste Morgen. Ich bin mit zwei Mitarbeitern aus dem Gummersbacher Klinikum verabredet. Beide sind ungeimpft. Hallo. 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 Sophia Meier. Carina Günther. Freut mich. Hallo. Mich auch. Soll ich eine Maske anziehen? Wenn das für Sie okay wäre, gerne. Carina Günther arbeitet seit fünf Jahren am Gummersbacher Klinikum in der Notaufnahme. Auch ihr Ex-Mann Stefan Günther ist dort Pfleger auf der onkologischen Station. Die Krankenschwester zeigt mir Bilder aus ihrem Arbeitsalltag. Ja, da ruhe ich mich gerade ein bisschen aus. Da hatten wir eine stressige Schicht gehabt und ich glaube, das ging in die Nacht rein. Dann haben wir uns mal kurz einen Moment hingelegt. Dann machen wir eine Gipsfortbildung. Das testen wir dann immer oft an uns aus. Was bedeutet Ihnen denn Ihr Beruf? Alles. Also ich bin nie zur Arbeit gegangen, habe das Gefühl gehabt, ich gehe arbeiten. Sondern ich hatte immer das Gefühl, ich darf hier hin. Ich habe diesen Job immer geliebt und gerne gemacht. Carina Günther will sich trotz drohender Impfpflicht nicht impfen lassen. Wovor haben Sie denn jetzt gerade am meisten Angst? Ja, absolute Existenzängste gerade, weil ich nicht weiß, was kommen wird. Und ich fühle mich mit dem Rücken an die Wand gestellt, dass ich mich entweder impfen lassen muss oder ich werde meinen Job verlieren. Und für Sie steht es auch überhaupt nicht zur Debatte, sich impfen zu lassen? Nein. So. Ich wüsste nicht, warum. Ich habe für mich keine vernünftige Erklärung, mich impfen zu lassen. Sie würden Ihren Beruf verlieren. Ja, das stimmt. Aber meine körperliche Genesenheit und meinen körperlichen Zustand würde ich beibehalten. Und ich habe mein Recht auf meine Entscheidung, behalte ich. Und lasse mir das nicht aufzwingen. In der Debatte gibt es ja auch immer das Argument des Solidaritätsgedanken. Man lässt sich impfen auch für die anderen, gerade als medizinisches Personal. Was halten Sie davon? Gar nichts. Ich bin kein Impfgegner. Ich bin ein Impfbefürworter. Es gibt Gruppen, die haben das nötig, sich vor schweren Verläufen zu schützen. Dazu gehöre ich aber nicht. Würden Sie sagen, dass Sie wütend sind? Ja, ich bin einfach wütend aufgrund so einer Ohnmacht heraus. Das ist meine Wut, dass ich sehe, worauf wir zulaufen, dass ich sehe, was das auch mit dem ganzen Gesundheitswesen machen wird. Das macht mich wütend, dass da einfach so weitergemacht wird, ohne zu berücksichtigen, dass es ganz viele Menschen gibt, die ähnlich denken wie ich. Wir sind einfach Menschen, die wollen nicht geimpft werden. Und dafür müssen wir auf die Straße. Was sollen wir machen, das still in unserem Wohnzimmer austragen? Da hört uns keiner. Das Gespräch macht mich nachdenklich. Ich persönlich bin für die Impfung, aber kann auch deren Perspektive nachvollziehen. Fragwürdige Dokumente, zweifelhafte Argumente, angebliche Fakten. All das scheint inzwischen Normalität in dieser Krise. Neben Protesten auf der Straße sind auch Fake-Nachrichten, Einzeichen der Corona-Pandemie. Und ich habe hier so eine Fake-Nachricht im Internet gefunden. Aufgetaucht ist die Fake-Nachricht in der Facebook-Gruppe Corona-Protest-Spremberg. Von den zehn Patienten, die doppelt geimpft sind und gerade auf der Corona-Station liegen, diese zehn Patienten haben einen schweren Verlauf, wirklich. Und die sechs, die da liegen, die ungeimpft sind, die haben nur leichte Symptome. Die Sprachnachricht bezieht sich auf das Krankenhaus in Spremberg. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Lausitz. Besonders in dieser Region kursieren Fake-Nachrichten rund um Corona. Das Krankenhaus Spremberg stellt klar, die Nachricht ist ein Fake und hat Strafanzeige wegen Falschaussage und übler Nachrede gestellt. Und ich will jetzt mal vor Ort versuchen rauszufinden, wer solche Behauptungen in Umlauf bringt und wer am Ende an sowas glaubt. In Spremberg findet heute eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen statt. Einer der Veranstalter soll die Fake-Nachricht in Umlauf gebracht haben. Ich habe hier ein Foto von ihm und jetzt gesehen, dass er hier mit der Kamera unterwegs ist. Und ich werde es gleich mal versuchen, ihn anzusprechen. Die Demo geht los. Ich verliere den Mann, der die Fake-Nachricht in die Welt gesetzt hat. Deshalb versuche ich, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Widerstand! Schönen guten Tag! Warum sind Sie heute auf der Straße? Widerstand! Warum demonstrieren Sie? Widerstand! Warum demonstrieren Sie? Was stört Sie? An die Kameramännchen, zieht euch zurück. Wir wollen euch nicht. Ihr seid Teil der Lügenpresse und Teil des Problems. Keine Interviews. Hier ist eine Demo. Ich brauche keine Erlaubnis. Ich höre die ganze Zeit Lügenpresse. Ich verpisse euch. Also es ist superschwierig bei der Stimmung hier mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Frieden! Freiheit! Keine Gitarre! Frieden! Freiheit! Keine Gitarre! Hallo Sophia Maja von Sternsengrau! Die Demonstration zieht zum Spremberger Marktplatz. Dann taucht der Mann mit der Fake-Sprachnachricht wieder auf. Ich bespreche mich mit meinem Team. Wir entscheiden. Für Fragen an ihn ist es zu laut, die Stimmung zu aggressiv. Nein, vor der Pflicht! Nein, vor der Pflicht! Nein, vor der Pflicht! Nein, vor der Pflicht! Komm, da muss flühen wir heute! Wo seid ihr eure Bodyguards heute? Braucht ihr euch runter raus? Wenige Minuten später auf dem Marktplatz. Ich will zu dem Mann gelangen, der die Fake-Sprachnachricht veröffentlicht hat. Eine Frau stellt sich meinem Team und mir in den Weg. Nee, bleibt mal hier. Ich möchte einmal mit euch reden. Ich möchte einmal durchgehen, bitte. Nein, warum? Ich möchte bitte einmal mit euch reden. Ja, ich möchte einmal kurz durch. Nee, was ist ja kurz? Abspann mal. Ja, was soll das? Ich möchte mit euch reden. Ja, wir möchten einmal kurz hier durchgehen, bitte. Das wisst ihr. Wir möchten einmal durchgehen. Aber ihr habt Angst. Wir möchten bitte einmal durchgehen. Wir wollen mit Nut rumgehen, die euch sammeln. Wir lassen euch doch sowieso alles schmieren. Die Frau wird in dieser Geschichte gleich noch eine besondere Rolle spielen. Dann habe ich den Mann mit der Fake-Sprachnachricht gefunden. Schönen guten Tag, Sophia Meier von Stern TV. Hallo. Sie sind ja Admin der Facebook-Gruppe Corona-Protest Sprennberg. Da gab es eine viel diskutierte Sprachnachricht. Wissen Sie, wovon ich spreche? Stimmt. In der Sprachnachricht wurde gesagt, dass hier im Krankenhaus in Sprennberg die ungeimpften Patienten leichte Verläufe haben und die geimpften Patienten schwere Verläufe. Mir wurde es so zugetragen. Ich habe mit der Person geredet und sie hat es als sicher bestätigt, dass es eigentlich so wahr ist, sie steht zu ihren Aussagen und ja. Warum verbreiten Sie denn solche Fake-Nachrichten? Ich sehe es nicht unbedingt als Fake-Nachrichten an, weil ich denke mal, dass es eher, ich möchte sagen, auch als eine Liebe vom Krankenhaus, aber ich denke mal, dass es das Krankenhaus wohl eher, ja wie soll ich sagen, das Gegenteilige eben sagen möchte, dass es eben nicht so ist und weil alle irgendwie froh impfen sind und im Endeffekt läuft das alles über die Farma-Industrie. Sie wollen die Sprachnachricht drin lassen? Ich früchte mich nur nach der Person, die es reingeschaltet hat, aber wenn sie sich das wünscht, dann kann ich das rausstellen. Wer ist denn die Person? Arbeitet die selber im Krankenhaus? Werde ich nichts zu sagen. Aber was ist das für eine Quelle? Also ist das jemand, der das selber auf der Corona-Station erlebt? Werde ich nichts zu sagen. Das heißt, Sie kriegen hier irgendeine Sprachnachricht von irgendjemandem, der falsche Dinge behaftet? Nein, nein, ich kenne schon die Person, aber ich werde nichts dazu äußern. Und Sie werden die Nachricht auch nicht entfernen, obwohl es offensichtlich eine Fake-Nachricht ist? Entscheide ich noch. Bis heute hat er die Fake-Sprachnachricht nicht entfernt. Dann treffe ich wieder auf die Frau, die mir den Weg versperrte. Sie zehrt an meinem Kameramann. Anni, hallo, jetzt kommt hier. Da, da steht die Polizei. Sie wird von einem Mann weggezogen. Er hat diese Demo angemeldet und spricht mein Team und mich an. Leute von der Presse, könnt ihr mit auch mal ein wenig ruhiger bleiben, weil ich möchte nicht, dass es hier eskaliert. Wenn ihr so aufträglich seid, ist es nach eurem eigenen Risiko. So, ja, dränge nicht auf, weil ihr bringt euch selber Schwierigkeiten. Jetzt verstehe ich, was die Frau die ganze Zeit antreibt. Nichtsdestotrotz haben wir heute Stern-TV hier. Sie beschwert sich über eine Stern-TV-Ausgabe, in der wir das Publikum fragten, ob es für oder gegen die Impfpflicht ist. Und man hat gesehen, es waren etwas über 20 Prozent für die Impfpflicht und weit über 60 Prozent gegen die Impfpflicht. Ja, aber als die Hälfte der Sendung vorbei war, hat der Hallerster gesagt, da muss was schief gelaufen sein. Wir röschen das, wir starten neu. Weder die Zahlen noch das Zitat stimmen. Aber in gewisser Weise wurde unsere Abstimmung tatsächlich manipuliert. Und zwar von Impfgegnern. In dutzenden Telegram-Gruppen wurde im Minutentakt mobilisiert, in der Stern-TV-Umfrage gegen die Impfpflicht abzustimmen. Ich bin in Spremberg, weil ich einer Fake-Nachricht nachgehe und erlebe live, wie ein neuer Fake entsteht. Ich treffe diese Frau, sie arbeitet im örtlichen Pflegedienst. Warum sind Sie heute hier? Was ist Ihr Anliegen? Weil ich gegen die Impfpflicht bin, eindeutig. Weil ich eine freie Entscheidung getroffen habe, mich nicht hinten zu lassen. Sind Sie wütend? Ich bin sehr wütend, natürlich. Es gibt Kollegen, die bei uns auf Arbeit stehen und weinen, die traurig sind, die wir einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und das ist nicht normal. Was würde das denn für Ihr Leben bedeuten, wenn eine Triumphpflicht kommt? Dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Und wie geht es Ihnen damit? Bitte? Wie geht es Ihnen damit? Na, beschissen, wir uns ein, deswegen sind wir hier. Zum Abschluss singen die Leute Freiheit von Marius Müller Westernhagen. Ich verscheide, du Jörg am Tiefen. Das Lied ist inzwischen eine Art Hymne des Corona-Protests, nicht nur hier in Spremberg. Freiheit, Freiheit, wurde wieder eingestellt. Marius Müller Westernhagen postete zwölf Tage später dieses Foto von seiner Impfung mit der Überschrift Freiheit. Leute kommentieren darunter, Sklave, Kochsalzjude, Kokanasen spritzen sich doch alles. Hasskommentare, die auch ich kenne. Seit knapp zwei Jahren berichte ich von Corona-Demos. Die Anfeindungen und Beleidigungen gegen mich werden immer heftiger. Dreckspack seid ihr. Der dickste Dreckspack. Siehst du aber, wie dumm du bist? Ja, du bist auch Dreckspack, das weißt du aber. Du Stern-TV-Fotze, du. Schäme dich, du Scheiße. Oh, 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 oh. So filmst du mich? Ich bin mir ganz zufrieden. Was ist der, was ich jetzt löscht, weil ich jetzt noch muss hin? Das ist doch ehrlich. Warum witt mit Merkel und Stern? Was? Komm! Wo ist die? Mach das Ding runter. Mach das Ding runter. Mach es runter. Ich schloss dich. Aufgrund meiner Berichterstattung schlägt mir auch im Netz viel Wut entgegen. Menschen schreiben mir. Hurenreporterin. Hetzerische Judenschlampe. Kann aber sein, dass man dieser kleinen Nutte mal den Hals umdreht. Ich würde ihr mal so liebend gern einen gut geeichten Ein-Meter-Holz-Dildo-Anal einführen. Tausende kennen deine Visage und du wirst definitiv nicht verschont. Verschwörungsideologe und Antisemit Attila Hildmann beschimpft mich auf Telegram, veröffentlicht Videos von mir. Die Dame hier mit der Maske hat mir eben eine Frage gestellt, aber die kann man sehr schlecht verstehen, weil die trägt eine FFP2- oder 3-Maske. Sehr ungewöhnlich. Hildmann zieht immer wieder in seinem Telegram-Kanal über mich her. Ich habe gerade diesen einen Beitrag gesehen von dieser Sophia Mayer. Ich weiß nicht, welches Lügenkommentar sie sich da irgendwie aus ihrem Po-Loch gezogen hat. In dem Beitrag stellt sie sich so krass als Opfer hin. Die AfD veröffentlicht eine bundesweite Pressemitteilung über mich und schreibt, Mayer steht stellvertretend für einen gefährlichen und linksautoritären Gesinnungsjournalismus. Ich bin Journalistin und immer mehr Aggressivität ausgesetzt. Wie muss es da Menschen gehen, die den Umgang mit der Pandemie managen müssen? Was erleben Politiker in diesen Tagen? Da stehen Menschen mit Fackeln im Dunkeln vor dem Privathaus einer Politikerin und rufen keine Diktatur. Ich würde wirklich gerne wissen, wie sich die Frau in dem Moment gefühlt hat, als sie in dem Haus war. Es ist das Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin und die treffe ich zum Interview. Petra Köpping ist 63 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und seit fast 30 Jahren in der Politik. Ich bin gerade zu Hause angekommen, es war die Adventszeit. Ich habe ja so ein gemütliches Fachwerkhaus und habe da versucht, mir den Abend in Stimmung ein bisschen zu machen. Und dann hörte ich vom Nachbarn, dass da, sie sprachen von 50 Menschen mit Fackeln, auf dem Weg zu meinem Haus sind. Da ist eine rote Linie, wie jetzt mittlerweile gesagt wird, überschritten. Für mich auch eine absolute Grenze. Man ist ja mit Kindern da gewesen. Sowas loszulassen, das ist schon harter Turbac. Es gab ja auch Politikerreaktionen. Kretschmann hat davon gesprochen, das sind Bilder, die kennt man von der SA aus dem Dritten Reich. Ich glaube, Horst Seehofer meinte, das erinnert an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Wie empfinden Sie das? Auch so. Das ist nicht einfach so gewählt worden. Das war bewusst gewählt. Die wissen genau, was sie tun. Die wissen genau, welches Bild damit entsteht. Und das macht es so gefährlich, dass diejenigen, die vielleicht mitgehen, weil sie irgendwo den Unmut haben, sich dann gemein machen. Bedrohungen bis in den privaten Bereich. Die Wut überschreitet Grenzen, die bislang als unverletzbar galten. Gestern ist ja wieder was im Privathaus passiert. Was war da los? Es hat ein AfD-Landtagsabgeordneter versucht, mit einem AfD-Werbewagen, wo drauf steht, gegen die Impfpflicht, versucht, vor meinem Haus wieder eine Demo anzumelden. Das hat die Polizei verhindert. Da bin ich sehr dankbar dafür, weil das einfach vor Privatfäuser nicht gehört. Das ist wieder diese rote Linie. Sehen Sie es mir nach. Ja, Sie haben ja Polizeischutz, das verstehe ich. Und Sie wirken auch wie eine starke Frau. Gibt es da nicht trotzdem einen Moment, wo man sich persönlich bedroht fühlt oder Angst hat? Es gibt ja ganz viele Akteure, die diesen Schutz so nicht haben, die auch Morddrohungen zum Teil erhalten haben. Ich denke an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, an Ärzte, an Pflegepersonal. Und die müssen wir schützen. Ich bin seit Beginn der Pandemie auf der Straße und mein Eindruck ist, dass die Wut der Menschen größer wird. Ich würde das auch so sagen, weil natürlich, wie soll ich das jetzt nennen, ein gewisser Trumpismus, dass also Wahrheit nicht mehr zählt, sondern dass man über Fake News, dass man nicht mehr über Fakten redet, dass das zur Polarisierung beiträgt. Und das dürfen wir nicht zulassen als Gesellschaft, als Staat. Und da braucht es dringend Handlungsbedarf, damit wir den Einhalt gebeten. Sonst kommen wir an die Menschen nicht mehr ran. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Nicht nur Gesundheitsministerin Petra Köpping ist von Wut und Hass betroffen. Die nächste Station meiner Reise, Cottbus. Ich treffe jetzt eine Frau, die sich in der Lokalpolitik einsetzt. Und sie weiß persönlich, was es bedeutet, wenn man Anfeindungen und Bedrohungen erlebt. Und ich bin ziemlich gespannt, was sie mir zu erzählen hat. Ich bin mit Barbara Domke verabredet. Hallo, Sophia Mayer, freut mich. Die Lokalpolitikerin erzählt mir, dass ich die Wut auf sie in der Pandemie verstärkt habe. Sie begleitet Demos vor Ort wöchentlich. Warum machen sie das und tun sich das selber auch an? Das ist Basispolitik. Ich mache die Politik für die Menschen vor Ort. Und das ist ja der Frust, den die Menschen hier mit auf die Straße tragen. Ist ja der Frust auf die Politiker und Politikerinnen, die ganz weit weg sind. Die ihre Sorgen hier vor Ort nicht hören. Aber mir ist es wichtig. Deswegen tue ich mir das an und deswegen lasse ich mich auch bepöbeln. Ich lasse mich auch beleidigen. Aber es ist mir total wichtig, wirklich hier vor Ort zu sein, dass die Menschen eine Chance haben, die sehen, die ist da. Ich begleite Barbara Domke zu einem sogenannten Montagsspaziergang. Und erlebe live, was es bedeutet, in diesen aufgeheizten Zeiten Politikerin zu sein. Was ist denn unglaublich? Warum nennen Sie mich die Dicke? Wir kennen uns doch gar nicht. Jetzt sagen Sie doch mal, was Sie meinen. Warum beleidigen Sie denn die Frau? Direkt mit einer Scheißkamera. Ich sage, wenn das hier irgendwas veröffentlicht wird. Das heißt, Sie bepöbeln die Frau? Ich bepöbeln niemanden. Sie haben sie die Dicke genannt. Woher kommt diese Aggressivität Ihnen gegenüber? Also ich glaube, das hat ja nichts mit meiner Person zu tun. Das ist wirklich, das ist mir schon klar. Das muss man sich auch immer wieder klar machen, oder? Das hat was damit zu tun, dass ich bei den Grünen bin und weil ich halt immer sichtbar bin. Dass ich halt wirklich bei den Demonstrationen halt auch immer dabei bin. Was haben Sie denn gegen die Frau Domke? Das ist ganz Cottbus. Ganz Cottbus hasst diese Frau. Außer Ihre komische Antifa-Crew. Aber was, nee, mich würde es wirklich interessieren. Was haben Sie denn für ein Problem mit ihr? Ganz schön aggressiv. Ja, das haben die Cottbuser Bürger so an sich. Das ist doch das, was Frau Domke sagt. Hier gibt es nur Kampfsportler, Hooligans, Nazis, Rassisten. Ist doch alles gut. Nee, Frau Domke sagt, hier gehen auch Menschen auf die Straße, die Sorgen haben. Oh, ganz ganz neue. Das ist eine ganz neue Worte. Ja, bravo. Aber wir treffen auch diesen Mann. Er ist bereit zu einem Gespräch. Und das ist ja... Wieso hat die Politiker nicht Angst vor Menschen, die sich auf der Straße bewegen, die sich unterhalten, die laufen, die die Frischluft genießen? Wovor haben diese Politiker eigentlich Angst? Vor uns, vor dem normalen Volk? Haben die wirklich solche Angst vor dem normalen Volk? Nee. Doch, haben sie. Wissen Sie, wovor ich Angst habe? Das Auto nicht da, das Auto nicht da, das Auto nicht da. Und das ist natürlich diese Menge an Polizeiaufgebot hier. Das gibt ja auch einen guten Grund dafür, ne? Wofür? Na, wenn 2000 Leute... Meiner Grund. Darf ich es Ihnen erklären? Ja, so bestimmt. Meine Sichtweise? Ja. Was ist denn, wenn Sie eine Straße überqueren mit 2000 Leuten? Bei einer unangemeldeten Demonstration? Kommt da ein Krankenwagen durch? Kommt da eine Feuerwehr durch? Also ist Ihnen das klar, wenn eine nicht angemeldete, große, sogenannter Spaziergang unkontrolliert durch die Stadt, was das auch für ein Sicherheitsrisiko für die Teilnehmer der sogenannten Spaziergänge ist? Barbara Domke ist froh über jedes solcher Gespräche. Was glauben Sie, bringt denn der Dialog mit dem Einzelnen, den Sie hier die ganze Zeit machen? Der Dialog ist total wichtig. Es ist sehr anstrengend. Und Demokratie muss andere Meinungen immer aushalten. Aber es geht halt, ich hoffe, dass er aus meinem Gespräch, aus dem Gespräch von dem, was ich gesagt habe, was mitnimmt. Ich nehme mir was aus seinem Gespräch definitiv mit. Ich spreche über das Erlebte mit Extremismus-Expertin Judith Rahner. Bei diesen Corona-Demos erlebe ich eine sehr laute Wut. Gibt es denn auch eine stille Wut der eigentlichen Mehrheit? Ja, die gibt es ganz bestimmt. Und das ist auch wichtig, dass diese stille Wut auch irgendeinen Ort findet, um sich zu äußern. Und ich bin auch dafür, dass man das auch laut sagen kann. Aber diese Menschen müssen auch gehört werden. Wir müssen Orte schaffen, wo sich diese Menschen begegnen können, wo die Gehör bekommen, wo die diskutieren können und auch auf den Tisch schauen können, bevor sie irgendwelchen undemokratischen, querdenkenden Menschen hinterher rennen. Ich fahre in die sächsische Landeshauptstadt Dresden. Auch hier finden regelmäßig Proteste statt. Knapp 100 Demos wurden heute in der Stadt untersagt, aber die Leute rufen trotzdem wie verrückt auf Telegram auf, in die Stadt zu kommen. Ich kann hier jetzt in der Stadt schon extrem viel Polizei sehen, wie hier zum Beispiel. Das Polizeiaufgebot ist riesig. 780 Beamte sind heute im Einsatz. Helikopter kreisen über der Stadt. In einem Park sammeln sich die ersten Demonstranten. Von hier setzen sie sich in Bewegung, trotz Verbots. Es kommt zu einzelnen Festnahmen. Ich werde da auch aufmarschieren. Ich würde es mal krassieren. Man muss nicht hin, wo du hingehörst, an der Grenze. Na, wie ist der? Beruhigen Sie sich jetzt bitte. Verschmitte aus meinen Augen. Sieh ab hier. Sie Schweinehund. Das ist nur Scheißgau. Du bist eine Kamera. Wie bitte? So was wird dann hinterberichtet im Fernsehen. Was denn? Das ist so eine Maßnahme. Aber die anderen Friedlichen, die friedlich laufen wollen, die interessieren Sie nicht. Warum sind Sie denn hier? Ich bin nur zum Spazieren hier. Und da habe ich festgestellt, dass eben wieder hier so was nur von Ihnen wieder gefilmt wird, anstatt mal hier links. Friedlichen Menschen mal aufzunehmen, die keine Gewalt ausstrahlen. Aber Sie sind doch friedlich und ich nehme Sie gerade auf. Sie können jetzt sagen, was Sie denken. Dann sagen Sie doch, was Sie denken. Möchte ich auch nicht. Diese Frau ist eine der wenigen, die bereit ist, mit mir zu sprechen. Ich kann die Hysterie und auch das, was hier veranstaltet wird, nicht nachvollziehen. Was meinen Sie, das, was hier veranstaltet wird? Dass hier alles abgelegelt wird und man Menschen daran behindert, spazieren zu gehen und sich dafür zu demonstrieren, dass man möchte, dass dieses Land weiterhin demokratisch bleibt, dass man im Gespräch bleibt und dass man anerkennt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist für mich Demokratie. Mir gefallen auch nicht alle Meinungen in dem Land. Im Messenger-Dienst Telegram wird den Demonstranten die Route mitgeteilt. Auch ich orientiere mich daran. Das ist echt das totale Katz-und-Maus-Spiel. Das haben Sie auf Telegram gepostet, dass Sie sich einen neuen Ort suchen. Das ist ein bisschen schneller, glaube ich, Moana. Ich glaube, jetzt muss ich einfach mal hier links rüber. Ja, das ist hier. Wir müssen jetzt hier rüber. Die Polizei macht Durchsagen und versucht den Leuten zu sagen, es ist verboten, aber natürlich hält sich niemand dran und das Spiel geht weiter. Moana gerade auch oder hier lang? Gute Frage. Designs ist halt auf. Hier ist von der Polizei. Lass mal da langlaufen. Okay. Mein Kameramann Moana und ich folgen den Beamten, die einzelne Straßen absperren. Die machen jetzt hier zu, aber wir können da ja durch mit Presseausweis. Dürfen wir hier durch? Super. Dankeschön. Wir sind sechs Leute. Ich suche das Gespräch zu den Leuten. Warum sind Sie denn heute auf der Straße? Weil ich spazieren gehe. Heute wurde er aufgerufen zu diesem Spaziergang. Da wissen Sie mehr als ich. Von Menschen, die unzufrieden sind mit der Corona-Politik. Darum geht es gar nicht. Worum geht es Ihnen? Ich gehe spazieren. Die Leute demonstrieren hier eindeutig. Sagen aber alle zu mir, sie würden nur spazieren gehen. Die Leute laufen stundenlang durch die Stadt. Jetzt gibt es wieder eine neue Route. Wir müssen jetzt einmal hier geradeaus laufen und dann Richtung Schillerplatz. Es ist wirklich total irrsinnig. Auf Telegram gibt es alle fünf Minuten neues Update und die Route wird geändert mit dem Ziel, der Polizei zu entkommen. Diesem Demonstranten geht es nicht um Corona-Politik. Mit den Asylanten, was hier reinströmt, das ist nicht in Ordnung. Das sind ja auch Menschen, die vom Krieg fliehen. Richtig. Aber wenn jeder vom Krieg fliegt, das geht nicht. Sind Sie wütend? Ja. Tut mir leid. Ich bin eigentlich schon ein freundlicher Mensch. Aber sowas regt mich dann auf. Ich habe ein Problem, Maske zu tragen. Und er erzählt irgendwie, dass irgendwelche jungen Leute vom Krieg abhauen. Vor Bomben. Du hast gerade gesagt, es hauen junge Leute vor Bomben ab. Vor Mord. Vor dem Krieg hauen die ab. Ja. Und ihr habt ein Problem. Ihr habt ein Problem, Masken zu tragen. Sehen Sie? Merkt ihr euch noch? Ich glaube, das hat Ihnen gerade wütend gemacht, was Sie gesagt haben. Es ging gerade was von mir. Es ist jedes Mensch, jeder Mensch hat das Recht, vor Bomben und Krieg abzuhauen. Sie haben voll reden mit mir. Nee, ist vorbei. Ist einfach mal vorbei mit euch. Warum sind Sie so wütend? Weil mit dem Sire auf die Ketten geht. Ganz einfach. Können Sie nachvollziehen, dass Sie hier demonstrieren? Nee. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Kann ich nicht mehr. Und es nervt nur noch. Ja, das ist irgendwie auch inzwischen die Stimmung auf diesen Demos. Viele Leute sind extrem wütend. Viele Leute sind extrem aggressiv. Und das macht mich tatsächlich ziemlich nachdenklich, weil man sich manchmal fragt, wo das noch enden soll. Auf Telegram kommen dauernd neue Nachrichten. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Einer der Organisatoren ist Markus Fuchs. Er ist bekannt in der Szene. Er soll die Demo vor Ort koordinieren, ist immer im Auto unterwegs. Ja, wir suchen nach einem Auto. Ein blauer Bulli, ne? Also nach dem Bus müssen wir gucken. Bei den Parapinten muss man da eigentlich nur folgen, bis er wieder anhört. Dann entdecke ich auf Twitter das. Und ich habe gerade ein Live-Video gefunden, wo ich sehen kann, dass Markus Fuchs jetzt gerade von der Polizei angehalten wird. Und genau da fahre ich jetzt mal schnell hin, um zu sehen, ob er mit mir sprechen wird. Wenige Minuten später. Richtung Steinstraße. Ach so, das hier vorne jetzt rechts, ne? Genau. Rechts ist er. Da ist er, da ist er. Der große Mann mit der bebranen Jacke. Hallo, Herr Fuchs. Ja, guten Tag. Das ist Ihr Meier von Stern-TV. Ja, hallo. Er ist bereit, mit mir zu sprechen. Hier machen Sie auf der Bühne Vergleiche zum Dritten Reich. Sie werden alle zur Rechenschaft gezogen. Die Letzten aus dem Dritten Reich, die zur Rechenschaft gezogen wurden, die wurden erst 50, 60 Jahre später zur Rechenschaft gezogen. Aber sie wurden zur Rechenschaft gezogen. Und das wird wieder passieren. Das verspreche ich euch. Kennen Sie den Ausschnitt? Mai letztes Jahr. Keine Ahnung, nein. Sie sagen da, wir werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen wie im Dritten Reich. Ist das demokratisch? Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas... Das können wir uns mal gerne in Ruhe angucken. Das haben Sie mir gesagt. Ich höre hier nichts. Und was ich da gesagt habe, weiß ich nicht. Das haben Sie am 3. Mai 2021 gesagt. Und wenn da irgendwas jetzt aus dem Kontext gerissen ist, weiß ich nicht. Außerdem gibt es ein Foto, auf dem er mit Neonazi Sven Liebig zu sehen ist. Und er war Gast in einem rechtsextremen Podcast. Sie generieren sich hier als demokratisch. Und reden gleichzeitig mit Rechtsextremen, machen NS-Vergleich. Können Sie mir das bitte erklären? Wenn man jetzt z.B. mal an die Anfänge der NS-Zeit guckt, wie das so in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre war, dann sieht man das schon Parallelen. Welche denn? Und die Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen, die gibt es jetzt ähnlich, wie es eben damals war. Da gibt es also schon Parallelen, die wir hier sehen können. Dass den Menschen bestimmtes auferzwungen werden soll, ist ähnlich wie damals in den Anfängen der NS-Zeit. Also da gibt es schon Parallelen, die einen zumindest aufhorschen lassen sollten, wo man also kritisch schauen muss, was passiert hier gerade in dem Land. Bewegt es sich vielleicht gerade wieder in eine Diktatur zu? D.h. Sie meinen damals sozusagen das Schicksal der Juden und jetzt sozusagen derer, die auf die Straße gehen, die auch vor allem ungeimpft sind? Welchen Vergleich sehen Sie da? Also damals wurden, damals gab es mehrere Menschengruppen. Es gab auch politische verfolgte Menschen, die genauso ausgegrenzt wurden und finanziert wurden, aber natürlich einen Großteil der Juden. Tschüss. Ich zeige die Szenen aus Dresden. Extremismus-Expertin Judith Rahner. Markus Fuchs hat auf der Bühne gesagt, wir werden die Verantwortlichen heute zur Rechenschaft ziehen, wie die Verantwortlichen aus dem Dritten Reich. Das ist ein unsäglicher Vergleich und das zeigt ja noch mal auch, welches Geistes Kind er ist. Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus, Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist ein indirekter Aufruf, auch sich dagegen zur Wehr zu setzen, auf die Straße zu gehen, dagegen aufzubegehren, weil man sich eben in einer Diktatur wähnt. Und das ist einfach ein billiges Mittel, was er da bedient. Und er ist weit entfernt von Bürgerlichkeit. Was würden Sie denn von Bürgern erwarten, die für legitime demokratische Anliegen auf die Straße gehen? Wenn ich auf eine Demonstration gehe, gucke ich mir an, wer hat die eigentlich angemeldet? Was für ein Interesse haben diese Menschen? Wenn ich auf eine Demonstration gehe, gucke ich mir an, mit welchen Symbolen wird da eigentlich gearbeitet? Welche Fahnen werden geschwenkt? Und wenn ich nicht mit Rechtsextremen auf die Straße gehen will, dann habe ich die Verantwortung, mir voran zu gucken, wer ist das? Und wenn das komische Leute sind, dann gehe ich einfach nicht mit denen, sondern suche mir andere Protestformen. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren auf Corona-Demos immer wieder verstörende Vergleiche zum Schicksal der Juden und zum Dritten Reich gehört. In Stuttgart. Sie sagen Bill Gates, Ihre Meinung nach ist schlimmer als Adolf Hitler. Ja, eindeutig. Also wenn man sich vergleicht und sich wundert, dass praktisch damals diese ganze Hitler-Bewegung, diese ganze Faschismus überhaupt zum Tragen kam, dann muss ich also nicht wundern, wir haben ja jetzt auch keine andere Situation. In München. Wir nähern uns wieder Zeiten, die wir 1933 hatten. In Magdeburg. Ich sage euch, wenn die KZ stehen, wo Ungeimpfte dann ihre Zwangsimpfung bekommen und ich komme da hin und sage, das ist ja ein KZ hier. Nein, das ist ja verharmlos, Holocaust-verharmlos. Das machen Sie gerade auch. So wird das sein. Es geht im Allee-Center, muss man ein Wändchen tragen, damit man einkaufen kann. Ist das geschmackvoll? So hat es angefangen. Oder was? So hat es angefangen? So hat es angefangen. Entschuldigung, sich mit dem Schicksal der Juden zu vergleichen, ist extrem geschmackt. Genau so hat es angefangen. Und Sie, Sie spielen das gerade runter. Es hat nicht mit Konzentrationsschlagern angefangen. Es hat genau so begonnen. Juden wurden millionenfach ermordet. Ja, und er sagt ihm, dass wir nicht auch bald millionenfach ermordet werden. In Berlin. Der Impfzwang. Impfen, 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 wie ein Wahn. Wir sind wieder da, wo wir mal waren. Im Dritten Reich, beziehungsweise in der DDR. Ich glaube, da war es beinahe nicht so schlimm wie jetzt. Die Geschichte zu betrachten ist sehr relevant für das, was heute passiert. Und in vielerlei Hinsicht ist es eine Parallele und eine Wiederholung. Hier schreit er die Polizei ein. Und in Leipzig. Der letzte, der das getan hat, war Adolf Hitler. Freie, 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 Freie. Haben Sie das gerade mit den Juden verglichen? Habe ich das richtig gehört? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe es auf Wahn. Das Gleiche ist mit den Juden passiert, haben Sie gesagt. Ich habe geforscht und früher hat man das auch gemacht. Seit wann hat die Polizei uns gesagt, zu sagen, wenn wir zu Hause zu gehen haben. Wie haben Sie da geforscht? Wir sind in der Internet. Man kann auch googeln. Eine Frau, die diese Menschen googeln sollten, ist Margot Friedländer. Vor knapp drei Wochen hat die Holocaust-Überlebende eine Rede im Europäischen Parlament gehalten. Ungläubig muss ich mit meiner nunmehr 100 Jahren sehen, wie Symbole für unsere Ausgrenzung durch die Nazis, der sogenannte Judenstern, heute von neuen Feinden der Demokratie auf offener Straße, schamlos besitzt, benutzt werden, um sich selbst mitten in einer Demokratie als Opfer zu sterilisieren. Eine Rede, die mich berührt. Ich mache mich auf den Weg nach Nürnberg. Auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände findet am Jahrestag der Machtergreifung Hitlers eine Demo statt. Ich frage mich, gibt es auch hier Menschen, die sich mit den Opfern aus dem Dritten Reich vergleichen? Ich treffe zunächst diese Frau. Ich weiß nicht, was mit den Leuten mit uns hier passieren wird, was sie vorhaben. Ich meine, in Kanada gibt es schon oder in Australien auch gibt es schon Lager. Wenn man mal guckt, wollen sie uns ein Lager sperren und dann kommt wieder der Geschichtshintergrund. Dass man einfach mal ein Geschichtsbuch liest, was hat man früher gemacht in den Lagern? Was meinen Sie denn für Lager und früher? Mit Lager, die zum Beispiel Leute, die sich nicht impfen lassen, dann sind wir bei KZ. Also Sie stehen gerade auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Ganz genau, ich weiß das. Heute ist der Jahrestag der Machtergreifung Hitlers. Ja. Und Sie machen Vergleiche zum Dritten Reich. Ja, natürlich, das muss man tun, weil das ist auch dieses alte Tabu der Geschichte, nicht hinzuschauen. Ich finde das ehrlicherweise sehr geschichtsvergessen und sehr geschmacklos. Nein, das ist nicht geschmacklos. Es ist die Geschichte, an die wir Deutschen uns erinnern müssen und wir müssen aber aufhören mit diesem Schuldkult. Aber was hat das Schicksal der Juden mit der Situation der Ungeimpft jetzt zu tun? Wir sind absolut auf deren Seite. Das haben Sie nicht verstanden. Wir sind auf deren Seite. Aber Sie vergleichen die Zeit von damals mit jetzt, was die Ausgrenzung betrifft. Ganz genau. Das ist nicht okay, weil man überall damals sieht, Juden raus und heute Geimpfte raus, Ungeimpfte raus. Ich finde das überhaupt nicht okay. Ich finde das sehr, sehr schwierig, sehr geschmacklos. Ja. Ja, das ist Geschichte. Da muss man einfach mal ein Geschichtsbuch lesen. Und es ist auch die mangelnde Bildung. Wenn Sie heute in die Schulen schauen, es wird ja nichts mehr unterrichtet. Das, was wirklich Geschichte ist. Dankeschön. Gerne. Ich finde das super schockierend. Ich bin jetzt hier seit zehn Minuten, spreche mit den Menschen und habe schon den ersten Vergleich zum Dritten Reich bekommen. Und das angesichts des Kontextes, dass wir hier auf dem Reichsparteitagsgelände stehen, dass heute der Jahrestag der Machtergreifung Hitlers ist, finde ich das wirklich zutiefst schockierend. Ungeimpfte und Kritiker der Corona-Maßnahmen erleiden das gleiche Schicksal wie die Opfer der Nazis. Ein kruder Vergleich, den ich auch auf der Bühne höre. Redner ist Maximilian Eder, ehemaliger Bundeswehrsoldat. Und unser Bundespräsident Dr. Steinmeier, der große Versöhner im Land, ich sage dazu, er spaltet ja, der hat vor sechs Tagen eine Ansprache gehalten, dann führt er unter anderem aus, es ist ja nicht zu verstehen, wenn man Bürger den Vergleich mit dem gelben Stern ziehen, aus der düsteren Zeit, wie es war alle aus dem letzten Jahrtausend. So, dann sagt er, ja, das ist eine Bagatellisierung, eine Selbstinszenierung, eine Verhöhnung des Holocaust. Da muss ich mich fragen, Herr Bundespräsident, wie Bürger auf diese Idee kommen, damit Studenten mit farbigen Anbandl-Kennzeiten werden müssen, damit sie in der Uni reihe dürfen und anderes mehr. Dann brauchen wir nicht Wundern, wenn sie mich vergleichbar aufkommt. Auch jetzt wird auch auf der Bühne von Maximilian Eder, ehemaligen Bundeswehrsoldat, der Holocaust relativiert. Ich will mit ihm darüber sprechen. Sophia Mayer von Stern TV, warum machen Sie denn auf der Bühne Vergleich zum Dritten Reich? Wo sehen Sie da parallel? Ich mache keinen Vergleich zum Dritten Reich. In manchen Universitäten ist das Pflicht, dass Menschen, Studenten, Professoren mit einem Bändchen gekennzeichnet werden müssen, ob sie geimpft oder dreifach oder zweifach oder wie immer getestet sind. Was ist das für eine Art von Verständnis, Menschen durch die Gegend laufen zu lassen, junge Menschen, die am Beginn ihres Lebens stehen, und sie mit irgendeiner farbigen Kennzeichnung zu versehen? Wofür? Muss das sein? Und Sie meinen, dass sich genau diese Art von Kennzeichnung an die Zeit damals erinnert? Nein, ich denke mal, dass sehr viele Menschen sich daran erinnert fühlen. Das habe ich gesagt. Und ich kann verstehen, dass viele Menschen so denken. Und empfinden Sie auch so oder nicht? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich habe meine eigene Meinung zu dem Ganzen. Ich muss eine Zurückhaltung in der Öffentlichkeit warten. Ich mache ein Interview mit Ihnen und deswegen interessiert mich Ihre persönliche Meinung dazu. Wie empfinden Sie es denn? Ich brauche mich dazu nicht äußern. Lieber nicht. Kurze Zeit später treffe ich diesen Mann. Er vergleicht die Polizei mit der Sturmabteilung der Nazis, der sogenannten SA. So wie die Polizei hier aufmarschiert, er erinnert sie ans Dritte Reich. Das erinnert mich an die SA, ja? Das ist ein heftiger Vergleich. Das ist kein heftiger Vergleich. So hat es ja angefangen. So hat es damals angefangen. Wenn ich hergehe und schaue nach München, wo das Ganze gestandet hat, da war die SA und hat es neunsam geschlagen. Und das ist das, was die Polizei jetzt macht. Warum protestieren Sie heute? Ich möchte Neuwahlen. Die Regierung muss weg. Wir wollen eine Regierung von anzündigen Leuten und nicht von Betrügern und Dummköpfen. In Berlin sitzen nur Dummköpfe an der Macht. Berufslose, die alle nichts auf den Weg gebracht haben, die nie arbeiten gewesen sind, die bestimmen von der Zukunft. Die müssen weg. Neuwahlen müssen her. Jetzt! Sie rufen ja keine Diktatur. Als was empfinden Sie denn Deutschland heute? Als faschistischer Staat. Für mich ist Deutschland heute Faschismus. Faschismus fängt mich nicht an in Konzentrationslager. Nein, bei mir fängt Faschismus an, wo ein Volk geteilt wird. In die Guten und die Schlechsten. Faschismus gab es im Dritten Reich. Heute leben wir in einem demokratischen System. Demokratie haben wir noch nie. Demokratie heißt Volksherrschaft. Was haben die denn für Einfluss nirgends? Die Bonschen, die teilen sich das Land auf und wir sind die Dumm. Es erschüttert mich zutiefst, wie viele Menschen auf den Demos diese Vergleiche ziehen. Ich möchte mit Rechtsextremismus-Expertin Judith Rahner darüber sprechen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sehen, wie viele Menschen auf diesen Demos diese Vergleiche zum Dritten Reich machen? Es gibt einen Prozentsatz an Menschen und der ist nicht besonders gering, die diese Auffassung auch teilen. Holocaust-Relativierung hat es schon immer gegeben, aber die Analogien sind auf den Querdenken-Demos wirklich nochmal eine ganz eigene Pandemie. Ich nehme das auch wahr, dass das zugenommen hat. Also überall, wo man hinschaut, wird mittlerweile Holocaust relativiert, wird sich ein Judenstern angeheftet, was Gott sei Dank jetzt auch strafrechtlich verfolgt wird. Aber das ist wirklich nochmal eine ganz eigene Pandemie geworden. Und wenn das Virus irgendwann besiegt ist, verschwindet dann auch die Wut? Nein, die wird nicht verschwinden. Meine Prognose ist, dass das nächste Thema, auf das sich draufgesetzt wird, wenn Corona vorbei ist, wird die Klimakrise das nächste Opfer sein. Und dann werden wieder die gleichen Menschen mobilisiert werden. Die Netzwerke sind geschaffen, die Wut und der Hass ist da und die werden nicht verschwinden, sondern die werden bei dem nächsten gesellschaftlichen Krisenthema wieder mobilisiert werden und dann werden wir sie auch wieder auf der Straße haben. Kann es sein, dass wir den Virus besiegen und am Ende doch alle verlieren? Ich wollte wissen, warum sind die Menschen so wütend? Weil sie Angst haben. Warum soll ich mich mit dem Gift impfen lassen? Weil sie sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. Ich fühle mich mit dem Rücken an die Wand gestellt, dass ich mich entweder impfen lassen muss oder ich werde meinen Job verlieren. Weil sie unserer Demokratie misstrauen. Friede, Freiheit, keine Diktatur! Demokratie haben wir noch nie gehört. Weil sie unseren Staat missachten. Ich werde alle in der Hände schmoren. Täglich werden Grenzen überschritten, die nicht überschritten werden dürfen. Das hat nicht mit Konzentrationslagern angefangen. Es hat genau so begonnen. Damals sieht Juden raus und heute Geimpfte raus, Ungeimpfte raus. Die Wut wird größer, auch aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist ein kleiner Peaks. Das ist nicht ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Ihr habt ein Problem. Ihr habt ein Problem, Masken zu tragen. So werde ich auf den Straßen begrüßt. Die Wut, die Wut, die Wut, die Wut, die Wut! Der Dialog scheint abgerissen. Das macht mich total wütend. Wir müssen zusammenstehen. Desto schneller kommen wir raus aus dieser ganzen Krise. Corona gefährdet unsere Gesundheit und auch unsere Gesellschaft hat viel verloren. Wir haben verlernt, einander zuzuhören und andere Meinungen auszuhalten. Wenn wir das wieder schaffen, dann haben wir nicht nur den Virus besiegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017